so hallo und alle und herzlich willkommen zu einem kleinen etwas anderen video sag ich mal wie man sieht ich bin nicht so im normalen umfeld gerade hier so ne ich sitze gerade auf dem balkon und nehme gerade das video hier auf mit dem handy also keine ahnung das audio funktioniert ob man nicht vernünftig versteht bild müsste hoffentlich passen keine ahnung da ist die kamera muss ich übrigens reingucken da oben ja ganz kurzes video etwas anderes video weil er hat vielleicht mitgekriegt ich hatte auf twitter und instagram bild gepostet und ja die streams und die youtube aufnahmen werde in den nächsten wochen nicht stattfinden hatten ganz einfachen grund am freitag früh ist mir der gaming rechner sprichwörtlich in rauch aufgegangen und das heißt wirklich erst wirklich ausgebrannt er ist komplett verbrannt ich habe es noch schnell genug geschafft ihn rauszutragen damit ich den rauchmelder aufgewacht und ja haben das ganze ding dann einfach versucht zu löschen hat auch ganz gut funktioniert draußen gewittert sie übrigens gerade hört man vielleicht im hintergrund ja auf jeden fall wir ausgetragen erst rausgebrannt und dann kam auch die feuerwehr und alles hat noch mal nachgelöscht der steht auch hier neben mir gerade ich gucke mal ob ich den jetzt irgendwie hier wie ich jetzt rein kriege dann und ja ich zeige vielleicht einmal ganz kurz wie er ausschaut so also so schaut das ganze aus das hier ist die vorderplatte mit dem ganz tollen ja mit der mal durchsichtig gewesenen front und ja so schaut das ganze ding geradeaus cpu kühler hier ein bisschen verkokelt alles die lüfte natürlich durch die hitze alles komplett geschmolzen bis auf die innen drin ich glaube die innen drin hat es einigermaßen überlebt weiß ich nicht dann hier unten grafikkarte die game capture karte soundkarte netzteil also das ist alles ein bisschen verkokelt hier was heißt verkokelt ist es halt voller rost und so weiter es regnet übrigens gerade sehr schön und wie man sieht die kabel alles sind größtenteils eigentlich vollkommen noch okay hier hier ein bisschen weil hier das feuer raus kam und hier der festplatten schaffen sieht da ist das erst komplett ausgebrannt waren vorher so kunststoffteile drin dass die festplatten dass man diese reinklicken konnte und die sind jetzt offensichtlich komplett weg diesen ausgebrannt und die oben dann halt die laufwerke noch und man sieht auch die schrauben hier ja alles etwas verkokelt insgesamt ja was soll ich dazu sagen es schaut eigentlich wenn sie mal guckt und so weiter die anschlüsse keine ahnung ich bin mir nicht sicher überhaupt noch irgendwas davon funktioniert ich vermute jetzt einfach mal nicht aber an sich schaut abgesehen davon dass halt ein haufen verkokelt ist schaut eigentlich noch ganz gut aus von außen gerade die grafikkarte ein bisschen voller rost jetzt ein bisschen voller asche und so weiter aber wieder tatsächlich das ist keine ahnung immer ganz kurz von vorne da ist die komplette plastikfront runter geschmolzen und hier noch ein bisschen was von der von der decke dann also man sieht schon da ist hat sich ein bisschen was verabschiedet hier so ja das war mal ganz kurz ein blick wie der rechner aktuell ausschaut also ich hab keinen spaß gemacht er ist wirklich komplett ausgebrannt und ich weiß nicht genau was passiert ist ich habe eine vermutung man hat ja gesehen der festplatten schacht war ja komplett weg und das war auch das einzige mal gesehen das netzteil war in ordnung grafikkarte in ordnung cpu war in ordnung also das auch die innere lüfte nicht komplett geschmolzen was mich vermuten lässt dass sich das kunststoff von den festplatten dass das vielleicht einfach aufgrund der hitze und alles dann doch zu warm wurde und dann letzten endes geschmolzen ist gebrannt hat die festplatten vielleicht aufeinander geknallt sind und sich dann eben so eine hitze stauung gebildet hat wodurch das ganze ding halt einfach dann in flammen aufgegangen ist weil das ist wie gesagt das einzige wo es brennen hat können wir gesehen das netzteil war vollkommen ordnung das ganze rest war vollkommen okay ich vermute einfach es war vorne dann es war einfach dieser festplatten schacht der einfach da keine ahnung weil eben aus kunststoff in einigen oder im größten teil dann bestanden sind der käfig war noch da bloß hat das wo die festplatten reingehaltet wurden das war halt einfach weg also an sich mir geht es gut feuerwerk haben in der früh also ich war dann auch noch mal freitagnachmittag war ich dann der notaufnahme noch mal ganz kurz alles abchecken zu lassen alles okay also der wohnung ist auch alles okay es ist nichts passiert weil wie gesagt schnell genug reagiert rechner ausgetragen versucht zu löschen feuerwehr gerufen hat alles gepasst also ja die perfekte stimmung gerade hier mit dem gewitter hinten dran ja was habe ich gelernt daraus ich habe einige dinge gelernt wichtig ist ich habe eine löschdecke gleich bestellt weil löschdecke hatte ich keine zu hause habe ich gleich eine bestellt dann dass die vorhanden ist und einen co2 feuerlöscher der eben gerade für sowas dann relevant ist wenn nämlich generell edv sachen brennen co2 löscher drüber dann wäre es gar nicht so schlimm gewesen weil da hätten von die festplatten gebrannt ich hätte das mit co2 löscher löschen können lösch der gedrüber gut ist ja hat man daraus was gelernt also wichtig ist kauft euch das wenn ihr sowas zu hause habt das kann echt ja dann muss man nicht rumrennen und suchen das nehme ich jetzt um den brand zu löschen zweites was ich gelernt habe rauchmelder sind extrem wichtig ich bin nur aufgewacht weil der rauchmelder gepiept hat das muss man der stelle ganz klar sagen durch den rauch das habe ich gar nicht mitgekriegt dass es hat gequalmt wirklich ich habe es nicht realisiert ich habe immer den rauchmelder gehört und durch den rauchmelder bin ich aufgewacht ansonsten ansonsten würde ich nicht mehr hier sitzen das muss man ganz klar sagen also rauchmelder wichtig wenn ihr irgendwo edv habt packt einen rauchmelder rein einfach nur damit das ding piept damit ihr wach wird weil das ding ist so penetrant normalerweise ihr hört das kann ich nur jedem empfehlen ist wichtig wenn die räume reinpacken wo wirklich effektiv was brennen könnte und den dritten punkt den ich gelernt habe der ist mein nächstes gehäuse wird keine kunststoffteile mehr haben also gerade was wird angeht mit mit festplatten schächten und alles was komponenten hält die warm werden können wird kein plastik mehr sein das gehäuse habe ich damals gekauft hat das ist cool ist dieses smarting so relativ schnell festplatten rein und raus kriegst wenn man jetzt zwei sekunden darüber nachdenkt es war nicht so geil weil das war das einzige was wirklich effektiv gebrannt hat dann heißt wenn das ein klassisches gehäuse gewesen wo ich die platten reinschrauben hätte müssen egal mit welchen schrauben das ist wäre es nicht so weit gekommen weil dann wird die platte vielleicht heiß geworden oder wäre überhitzt wie auch immer aber es hätte nichts brennen können weil eben da metall außen rum ist man hat er gesehen ganze stahlkonstruktion die war ja noch vollkommen in ordnung da ist überhaupt nichts passiert es ist nur das plastik was weggeschmolzen ist und ja also wenn ihr darauf achtet kauft durch ein gehäuse was absolut kein plastik an solchen komponenten dann hat das hilft deutlich dann bei sowas weil es dann das einzige wo es wirklich brennen kann in dem zuge ja war ich vielleicht allen schon bewusst mir ist es jetzt bewusst weil ich hätte nie damit gerechnet dass sowas passiert weil es eigentlich genügend sicherheitsvorkehrungen gibt die sowas verhindern sollen aber offensichtlich hat keiner davon gegriffen darum achtet darauf ja ansonsten was kann ich sagen ich wollte eigentlich warten bis im september oktober die neuen amd cpu rauskommen mit dem neuen rechner ich werde mal schauen dass ich mir keinen übergangs rechner zusammen basteln mit die streams und youtube und so weiter alles weitergeht mal gucken also ich lasse mich überraschen was ich dazu mir aus dem hut zaubern kann ja das war es eigentlich so weit bis hin wollte ich ein kleines video machen dass ihr wisst warum ist keine keine streams gibt und keine neuen folgen elite dangerous habe ich noch zwei folgen ausgepackt das war sie am donnerstag ja noch aufgenommen im stream und die beiden elite folgen sollten dann gestern und also heute sonntag das heißt am samstag oder montag müsste noch eine kommen die habe ich jetzt direkt aus dem stream rausgecaptured dann aber festgestellt die stream qualität ist auch nicht so geil weil ich in dem mikrofon unfassbares brummen drin habe und das habe ich gar nicht mitgekriegt das ist glaube ich auch auf twitch niemanden aufgefallen ist auch so ein punkt müsste ich mir mal anschauen wo das dann herkommt aber ich habe andere probleme oh man ja der billions ich habe mal geguckt ich habe einiges gesichert also die standard windows sachen also backup ist auch wichtig vor allem als er auf die synology ging die in einem anderen raum stand heißt so dateien und so weiter dokumente sind alles da ich habe trotzdem einiges an aufnahmen verloren hauptsächlich ältere streams und ein paar andere sachen noch die ich glaube ich seit zehn oder 15 jahren von einer platte auf die andere schiebe mit einem backup von anderen auf hin und her baller ich weiß endlich gesagt nicht ob ich konkret irgendwas verloren habe wo ich sagen müsste ja das ist jetzt wichtig also sind ein paar aufnahmen kaputt gegangen das ist was ich schade finde was mich ärgert vieles habe ich auf youtube schon hochgeladen das heißt notfalls könnte ich es da runterladen wenn ich was bräuchte habe ich ja bei twitch schon auch gemacht ich habe den stream runtergeladen von elite habe dann die folgen geschnitten dass die auf youtube online sind ja auf jeden fall werde ich jetzt versuchen solange es keine neuen videos gibt ich habe wie gesagt alte streams hatte ich geschnitten hochgeladen auf youtube ich werde jetzt so täglich einfach veröffentlichen dann dann komme ich damit auch mal klar habe ich da auch ein bisschen zeit jetzt dafür und mal gucken dass ich mir neuen rechner zusammenstellen kleineren was heißt kleiner ich habe das mal probiert das ist gar nicht so einfach den rechner zusammenstellen im vernünftigen preisbudget dann vor allem wenn man ihn dann später noch als streaming rechner weiterverwenden will weil ich werde jetzt alle rechner austauschen ich werde jetzt alles was ich irgendwie habe will ich noch mal drüber gucken wird sachen tauschen und so weiter dass ich da einfach in ordnung bin und meine finger sind gerade voller ruß hier noch übrigens das backplate ja oder das von panel angefasst haben die seiten panel ja auf jeden fall ihr wisst bescheid wie es weitergeht ich werde euch entsprechend informieren und dann gucken wir mal wir kriegen alles bestimmt irgendwie wieder hin so jetzt aber es raus lieben an versuchen das video das ist doch glaube ich deutlich länger geworden und ja ich werde ich auf den laufenden halten wie es weitergeht ihr könnt auf das gott auch gucken da unterhalten wir uns immer ich glaube chat punkt lortheppiput.tv ist glaube ich der link findet aber auch in der video überschreibung unten dann kann man das gott auch weiter unterhalten wenn irgendwas ist ansonsten twitter instagram würde ich auch regelmäßig mal versuchen was zu posten facebook muss ich mal schauen ich habe ewig nicht mal nichts mehr auf facebook gepostet vielleicht macht dann ein status update ich vergesse das irgendwie weil facebook ist für mich so weiß ich auch nicht wochen naja also danke fürs zuschauen ihr seid informiert ich halte euch weit auf dem laufenden und bis zum nächsten mal und hoffentlich dann irgendwann wieder bei let's plays und streams kriegen wir schon wieder hin hoffentlich also bis dann tschüss